Wer hat die Rakete mit hierher genommen? Hä? Ey. Geh mal weg, ey! Hallo! Alter, das ist der mega fang, ey. Das ist der Vogel runtergefallen. Jo, was geht denn meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA 5. Wir sind mal wieder mit dem BMX unterwegs. Und die letzte Strecke mit dem BMX, die hat es ganz schön in sich auf jeden Fall gehabt. Ich hoffe, dass ich vielleicht mal hier ins Ziel komme. Und wenn wir mal gucken, der erste Ramp mich schon hier aus dem Weg. Oh, ich spring nicht, ich Idiot! Da ist jemand auf ihn drauf gelandet. Oh, ich bin aber trotzdem noch oben. Nice. Das ist gar nicht so einfach mit Gas geben und gleichzeitig springen. Wie macht man das? Oh. Hä? Ich glaube, dafür wäre ein Skaff auch gut. Ja, ich habe ja ein Skaff. Ich bin auch kaputt mit dem Skaff, aber ich mag das nicht so. Ja, irgendwie, äh... Ja. Ich scheiter schon am ersten Sprung. Ich denke, es heißt, dass... Wenn man R1 drückt, dauert das immer noch ein bisschen, bis man springt. Ja. Ihr seid einfach hier über die eine Schanze, über die erste rüber gekommen, wo ich die ganze Zeit... Ich habe respawnen gedrückt und bin hier oben gelandet. Wieso komme ich denn da nicht rüber? Muss man hier einfach nur rüberfahren? Hier muss man nur rüberfahren, ich Idiot. Alles klar. Okay, wir müssen zum nächsten Punkt. Ich schiebe mich mal an. Hier ist der nächste Punkt. Ich sitze hier, ich schiebe mich mal an. Okay, wir müssen hier hoch. Oh, ich habe den Punkt, ja. Wo geht es denn hier hoch? Was ist denn das? Ah, okay, wir sind hier oben. Geht mal weg hier. Ich zeige euch mal, wie das ein Profi macht. Da, seht ihr? Ey, hör auf! Geh weg! Boah, krass. Alter. Wer ist der Erste? Nein! 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 Doch. Ach, hi. Auch wieder da. Ja, ja. Ach, nein! Na. Ich finde das, das fiel echt zu dämlich. Und Honi wirklich in meine Chance. Ich nutze das aus. Nein, heidelbu. Oh, ich bin drüber, ich bin drüber. Nein! Habe ich bitte den Punkt noch? Bitte, bitte, bitte. Ja, ich bin oben. Nice. Oh. Hä, wo geht es denn hier hin? Hä? Ey, was ist das denn? Hä? Ja. Ey, diese Rakete hier. Alter. Was für eine Rakete, Alter. Ja, kommt noch. Gott. Okay, wir geben Vollgas. Alter, das war knapp. Das war ein richtiger, gekonterer Sprung. Ich dachte, das muss da runter. Hä, was ist denn das hier? Was ist denn das für eine Rakete? Hä? Boah, fuck, Alter. Nein! Hä, wieso bin ich gestorben? Was ist denn hier, Alter? Wie wird es denn da hochkommen? Ey, ich häng da immer zwischen fest. Was ist das? Wie die Rakete? Wer hat die Rakete mit hierher genommen? Hä? Ey. Geh mal weg, ey! Hallo! Alter, das ist mega super. Rohre runtergefallen. Lol, ich hab überlebt. Ach, du heilige Scheiße. Wer hat die Rakete bis hier vorne mit hingenommen? Ich? Alter, wir machten da die ganze Strecke kaputt. Die Rohre, wenn du da drüber fallst, fallen die einfach runter. Boah, ich bin drüber. Du kannst doch irgendwie explodieren, aber ich weiß nicht mehr wie. Nein, warum springe ich denn? Komm, 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 komm. Das ist eine geile Strecke. Nein. Ach, dann müssen wir springen. Ja. Müssen wir in den Bus rein? Hä? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Nimm mal mehr Anlauf. Ja, wieso mehr Anlauf? Ja, weil du da springst. Du musst da springen. Bin ich aber nicht. Wie, bist du einfach so hochgefahren? Ja, ich hab mich nach hinten gelehnt. Dann schwebst du nach vorne. Hey, wie kommt man denn da hoch, Alter? Wenn du ein Checkpoint hast, du spawst. Ah, du Cheater. Ja, wieso wir das sonst schaffen? Hey, wer ist eigentlich erster? Das ist dein Alter. Hä? Achso. Ey, komm da. Fahr da hoch. Fahr da hoch. Hilf mir. Ich komme da nicht hoch. Hilf mir. Er ist dritte. Ey, du kleine Ratte. Du willst doch wohl mich nicht als Schanze nehmen. Ja. Oh. Ey, ich komme da nicht hoch. Mann, geht doch hoch jetzt. Er nimmt mich einfach als Schanze. Läuft bei ihm. Lässt mich hier alleine stehen. Alter, warum springt er denn so? Ich komme da. Ich komme da. Ich bin da runter, Alter. Ist doch unmöglich. Ah, okay. Oh, warte mal. Wo muss ich hier hin? Alter, muss ich den Bus da hoch? Ja. Ey, wie willst du denn das machen? Oh, ich bin oben. Oh, du musst springen. Scheiße. Hä? Nee. Ey, meiner will nicht springen, Mann. Oh, Alter. Was für ein Grind. Muss ich jetzt hin? Jetzt, ich muss hier rüber. Ich, oh Mann. Oh, Mann. Doch, ich musste da rüber. Okay, nice. Oh, nein, nein, nicht nice. Oh, das tut weh, das tut weh, das tut weh, das tut weh. Okay. Alter, ich komme da nicht hoch. Dann bin ich wieder auf meinem vorletzten Platz. Weg da. Ach. Ich komme zu euch. Oh, Alter. Oh, Alter, ich habe den Zaun runtergeschmissen. Na, wo wohne ich denn? Alter, diese Strecke, ne? Oh, hoch, hoch, hoch. Oh. Hä, wie kommt man? Oh, der Zaun fällt runter. Tut mir leid für den Nächsten, der den Zaun als Bremse nutzen wollte. Ja, kein Ding. Ich hoffe, ich sehe nicht da hoch. Oh, nicht doch. Oh. Alter, was ist das für eine Strecke, Mann? Wo muss ich hier? Was ist das denn? Ah. Wie soll man denn da um die Kurve kommen? Nee, Alter, das ist nicht bei euch ernst. War klar. Leute, ich bin oben gespawnt. Nein. Ich kann das Ganze mal wieder hochfahren. Kreiße. Oh, oh. Schönen. Wie soll man denn da hochkommen? Ah, ich weiß wie. Ich weiß wie. Okay. Ah, die Leute. Da ist das Ziel. Oh, ich bin oben. Alter. So, oben sind wir schon mal. Alter, geht es ja noch höher. Nein. Okay. Wieso könnt ihr alle die Strecke so gut? Könnt ihr mir das mal verraten? Alles schon geübt. Ach, shit. Ich bin nicht bis zum Ende gekommen. Egal. Aber war auf jeden Fall mal eine interessante Strecke. Diesmal bin ich, glaube ich, sogar weiter als auf der letzten gekommen. Und ja, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne mehr davon sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Also, Freunde, haut rein. Bis zum nächsten Mal.